In diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen wie der Duplizieren Glitch funktioniert nach all den Patches in Season 1. Hierfür braucht ihr einen Grabstein den kauft ihr entweder für 2000 Punkte oder ihr bringt den schon von vornherein mit ins Game. Dann packt ihr alle Items die duplizieren wollt in euren Rucksack und ich würde euch noch empfehlen einen großen Rucksack reinzupacken damit ihr falls ihr gleich wieder reinkommt euren Grabstein komplett leer machen könnt. Wenn ihr dann nun alles habt dann lasst euch von irgendeinem Zombie down gehen oder ihr könnt euch auch selber töten spielt keine Rolle. Dann blutet aus oder drückt einfach auf aufgeben und danach drückt auf Spiel verlassen. Wenn ihr das Spiel dann verlassen habt dann ist euer Rucksack komplett leer und nehmt auch Täuschgranaten mit damit ihr in Ruhe euren Grabstein gleich leeren könnt und danach sucht wieder ein Spiel. Wenn ihr einen neuen Spiel gejoint seid dann werdet ihr sehen dass euer Grabstein auf dem Bildschirm angezeigt wird und dort müsst ihr jetzt wieder hingehen. Ihr müsst euren Grabstein komplett leeren denn wenn ihr den nicht komplett leert und dann sterben sollte dann ist euer Grabstein weg Leute. Also großen Rucksack am besten mitnehmen direkt ausrüsten Grabstein komplett leer machen und danach geht es zu einem Story Exfil. Ich nehme hier immer den Shepherd Exfil. Da hat es bei mir immer super gut geklappt aber ihr könnt auch die anderen Story Exfil nehmen. Danach ruft den Helikopter und wenn ihr dann drinne seid Leute ist der Countdown da und jetzt müsst ihr sobald euer Bildschirm schwarz wird das Spiel beenden. Auf der Konsole müsst ihr Anwendung schließen machen auf PC Alt F4 oder über den Task Manager die Anwendung schließen. Wenn ihr das Spiel dann wieder startet dann habt ihr all die Items in eurem Rucksack von der letzten Runde die ihr dupliziert habt und diese könnt ihr jetzt eintauschen. Ich drücke auf tauschen und tausche dann hier zum Beispiel in mein Lager gegen minderwertige Sachen ein oder ihr drückt auf tauschen und danach auf Herstellung und tauscht es dann zum Beispiel gegen Munitionsmods oder gegen Perks und so könnt ihr dann die Sachen lagern und nächstes Mal wenn ihr wieder ins Spiel reinkommt ist wieder euer Grabstein da dann könnt ihr wieder zu einem Story Exfil gehen wenn der Bildschirm schwarz wird dann auf das Spiel verlassen bzw das Spiel beenden durch Anwendung schließen oder Alt F4 und das könnt ihr dann beliebig oft wiederholen Leute. Das war es dann mit dem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt dann könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.